ja hallo und herzlich willkommen hier bei ls 17 auf der auenbach schön dass ihr wieder dabei seid ja ich drehe mich hier wehmütig um und zwar gibt es eine gute und eine schlechte nachricht für euch wir werden den hof hier verkaufen und werden uns auf eine neue karte begeben ich schwank noch zwischen zwei karten welche es letztendlich sein wird werdet ihr dann sehen auf meinem kanal unter einem neuen einer neuen playlist ich schwanke zwischen der losberg und der talberg ja ich habe mir zwei höfe angeschaut und jetzt wo wir geerbt haben werden wir dieses geld investieren und alles was wir hier verkaufen das heißt ich werde in dieser folge jetzt hier alles zum händler bringt geld machen was wir bekommen und mit dem geld letztendlich auf der neuen karte anfangen um nicht ganz ins leere zu starten ja fangen wir direkt mal hier an ich hoffe ihr findet das auch okay ich habe recht gut an meine bedenken hier bei dieser karte ist halt einfach dass wir auf dauer mit sieben feldern nicht auskommen werden und ich weiß wir sind erst bei drei stück aber ich möchte einfach nicht später noch den umzug gestalten müssen von daher werden das jetzt vollziehen wir haben jetzt hier auch ich glaube um die 30 folgen gefahren möchte das halt nicht ganz ins leere laufen lassen und von daher möchte ich halt mit diesem geld dann umziehen so wird mir gerade wieder auf ich muss euch mal ganz kurz in dem pause screen schicken ich nicht mehr ganz so schlimm ist aber was würde werden ja gleich bleibt daher seid ihr auch schon wieder jetzt bei 22.000 ja die kühe werden mit ziehen wir haben wir mittlerweile jetzt bei 37 kühen und wie viel kälber noch im stall sind mitnehmen werden das ist sogar fast mit ihr das wertvollste die trecker die zwei stück die wir haben das schöne augen war ist eine schöne karte aber einfach für leute die viel daran arbeiten ist es halt ja sieben felder hat begrenzt aussteigen das gibt schon mal gut geld dann haben wir noch flage können wir noch verkaufen denke ich noch wasser verkauft bergenpunkt und also so und Untertitelung des ZDF, 2020 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 Mal schauen, ob der das beide schafft hier. Schaut mal gut aus. Es schwebt schön. Schaut mal gut aus. Schaut mal gut aus. Wir fahren hier auch sehr. Schaut mal gut aus. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Open there. Ja, und ein P? Was haben wir noch drin? Wer von dem? Ah, jetzt hab ich den vergessen Das war's für dich. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.